Nach keinem von uns vorgestellten Projekt wurde in jüngerer Vergangenheit so häufig nachgefragt als nach Streak. Ja, was gibt's denn da Neues? Oder Stimmen wie, boah, die neue Wunderwaffe am Horizont. All das wollen wir jetzt beleuchten, allerdings vielleicht erstmal um dich abzuholen, was ist denn Streak überhaupt, falls du es noch nicht kennst. Streaks MVP Wallet ist ein dezentrales Staking Wallet, wo du laut Firmenangaben deine Private Keys zu jeder Zeit unter der vollen eigenen Kontrolle hast und wiederum deine Tokens und Coins auch nicht aus dem Wallet bewegen musst, um wiederum passives Einkommen in Form von Staking Rewards aufbauen zu können. Für den einen oder anderen, der jetzt überlegt vielleicht, ja, das Prinzip könnte man von Coinbase oder auch Binance kennen. Hier schaut's eben ähnlich aus, du hast die Möglichkeit zum Beispiel Bitcoin, Ethereum, BNB und noch weitere Kryptowährungen zu staken, jetzt nicht zu immens hohen Staking Rewards, aber bekanntlich Kleinvieh macht ja auch Mist. Also im Falle Streaks schaut's zum Beispiel so aus, du bekommst 7% auf Bitcoin, du bekommst 5% auf Ethereum, 8% auf USD Tether und wiederum 15% auf BNB. Des Weiteren gibt's dann natürlich im Angebot auch noch Polkadot, Cardano und den Streak Token eben selbst. Jetzt stellt sich natürlich die große Frage, was denken wir über das Projekt, jetzt mal mit Abstand betrachtet, sind diese Renditen überhaupt realistisch realisierbar und ja, was haben wir da sonst noch so rausgefunden? Also an der Stelle bleibt am besten bis zum Ende vom Video mit dabei. Auf unserem Kanal, da findest du spannende neue Projekte, du findest News zur aktuellen Marktlage und die faktenbasierte Analyse von Scans. Wenn dich die Themen interessieren, dann lass uns schon mal ein Abo da und falls du gerne Podcast hörst und dafür gerne auch entlohnt werden möchtest, dann könnte das Projekt About für dich was sein. Hier die Verlinkung zum Projekt und auch das Interview mit den Foundern, auch ziemlich cool. Hier die Verlinkung und jetzt checken wir Streak. Gleich vorweg müssen wir jetzt erstmal allen Streak-Gegnern einiges an Wind aus den Sägen nehmen, denn die genannten Staking-Rewards aus dem Intro, die sind definitiv realistisch erreichbar. Vielleicht kennt der eine oder andere von euch die Nexo-App und da schaut es eben ähnlich aus. Ihr packt dort eure Coins und Tokens in Staking und bekommt eben entsprechende Rewards darauf. Der Unterschied jetzt zu Streak gegenüber Nexo ist, dass ihr bei Streak nicht eure Private Keys aus der Hand gebt. Also das heißt, die Coins und Tokens liegen einfach bei euch in der Wallet und dennoch bekommt ihr die Staking-Rewards darauf. Das ist übrigens auch von Certic geaudited und es wurden da zwar einige Schwachstellen gefunden, die wurden aber wiederum mittlerweile gelöst. Das dezentrale Staking-Wallet ist somit von unserer Seite jetzt erstmal schwer kritisierbar. Wo wir allerdings ziemlich Zuckungen im Auge bekommen, das ist das Integrated Node-Cluster. Was ist denn jetzt das schon wieder? Ja, du hast die Möglichkeit, deine Staking-Rewards zu erhöhen, wenn du dir eine Node kaufst. Also zum Beispiel bei USD Tether auf 16% pro Jahr. Uns ist an der Stelle erstmal nichts bekannt, dass sowas in irgendeiner Form realisierbar wäre, könnte aber vielleicht noch knapp hinhauen. Doch jetzt der kleine Haken. Du bekommst auch noch den Kaufpreis deiner Node in deinem Backoffice gutgeschrieben. Und genau da fängt der Hase das Humpeln an. Denn zu was wiederum solche Systeme führen können, das dürfte jeder spätestens seit Market Peak wissen. Der Streak-Token soll dann wiederum 2024 1 zu 1 in den Streak-Coin umgewandelt werden, der wiederum dann die Streak-Blockchain repräsentiert. Ja, was soll jetzt genau die Blockchain wieder können? Jo, ganz günstige und ganz schnelle Transaktionen. Das ist auch alles in allem ganz löblich und garantiert auch umsetzbar. Allerdings, jetzt die große Frage an der Stelle, braucht denn die Welt wirklich die hundertste Layer-1-Blockchain, die eben ganz schnelle und ganz günstige Transaktionen umsetzen kann? Ja, und jetzt stehen sich da leider auch noch zwei Aussagen vollkommen im Weg. Auf der einen Seite habt ihr einen inflationär ausgeschütteten Token, der ja dann später der Coin wird. Und auf der anderen Seite habt ihr ganz günstige Transaktionskosten und das ist aber wiederum der Use Case des Coins, der ja inflationär ausgeschüttet wurde. Also alles in allem steht sich das irgendwie ein bisschen in der Quere und bekanntlich beißt sich irgendwie so die Katze ein bisschen in den Schwanz. Also du merkst, hier Metaphern habe ich heute ganz gut drauf. Ich laufe gerade warm. Weiterhin siehst du in dieser Darstellung, dass 56% der Einnahmen durch den Note-Verkauf wiederum in ein Unilevel-System ausgeschüttet werden. Und das an der Stelle, Leute, ist unserer Meinung nach viel zu hoch. Also da könnte man diese Einnahmen definitiv viel, viel cleverer ansetzen, dass man zum Beispiel sagt, man sorgt dafür für mehr Liquidität des Coins, um dann wiederum den späteren, und da sind wir uns sehr, sehr sicher, kommenden Abverkauf auch in irgendeiner Form abfedern zu können. Was uns weiterhin ziemlich aufstößt, das ist das Rätsel um Suki-Chan. By the way, wir können da fast schon selber einen Roman füllen, aber da kommen wir gleich dazu. Wenn du dir aber jetzt mal das hier anschaust, hier wird er als einer der fünf größten asiatischen Persönlichkeiten im Cryptospace gewertet. Also das heißt auf einer Stufe mit CZ, dem Gründer von Binance, oder Justin Sun, der Gründer von Tron. Verstehe uns jetzt hier bitte nicht falsch. Es geht nicht darum, dass jemand sein ganzes Leben irgendwo im Internet breittritt und auch sein ganzes Leben in der Blockchain verbracht hat und dann nicht in der Lage wäre, ein super cooles und krasses Projekt aus dem Hut zu zaubern. Allerdings, wenn eine Karriere eher vorgestellt ist, als dass sie wirklich real existiert, das zaubert uns ehrlich gesagt ziemliche Bauchschmerzen in die Magengrube. Jetzt mal zu der Story, die ich gerade gemeint habe. Wir waren auch schon drauf und dran, mit Suki-Chan ein Interview zu führen. Und zum einen sollten wir erstmal die Fragen, die jetzt echt mal nicht brutal schwierig waren, im Detail ausformulieren und nochmal erklären, wo wir uns schon gedacht haben, äh, Moment mal, wenn das hier ein Blockchain-Experte... Komisch, aber gut. Ja, und dann wurde an diesem Tag das Interview jemals dreimal verschoben, aus verschiedensten Gründen. Da waren Wasserschäden mit dabei und wahrscheinlich ging dazwischen nochmal kurz die Welt unter und der Hamster hatte auch noch Geburtstag. Aber auf jeden Fall, dieses Interview wurde immer weiter verschoben und irgendwann fand es halt einfach nicht mehr statt, beziehungsweise wir wurden nicht mehr wahrgenommen, immer wieder vertröstet. Es gab dazwischen auch noch ein paar andere Vertriebler, die uns dann drauf kontaktiert haben und gesagt haben, oh ja, wir können, äh, ja, wir, ja, also, ja. Also, wenn du dich bei mir einträgst, dann, äh, ja. Also, unterm Strich, es hat kein Interview bis dato stattgefunden. Und wir stehen gerne immer noch zur Verfügung, aber ist kein Thema. Ja, was kann man zusammenfassend sagen? Also, wir müssen zugeben, die Staking Wallet, die funktioniert, die ist auch geauditet und, ja, auch die Rewards, die da rauskommen, die sind realistisch. Was wir allerdings nach wie vor eben aus den genannten Gründen sehr, sehr kritisch sehen, das ist eben die Layer-One-Blockchain. Denn, die Frage bleibt offen, braucht das die Menschheit überhaupt? Und dann natürlich noch ein inflationär ausgeschütteter Token in Kombination mit einem Network-Marketing-System, wo eben alleine 56% in dieses System ausgeschüttet werden. Leute, das gab es bis dato noch nicht, dass das in irgendeiner Form langfristig funktioniert hätte. An der Stelle, schreib uns doch mal gerne in die Kommentare, was du über das Projekt denkst. Teil uns da einfach mal deine Gedanken mit. Bist du da eher pro? Bist du contra? Bist du investiert? Whatever. Wir sind gespannt. Sonst, wenn die Kommunikation auch noch ein bisschen weitergehen soll, dann komm gerne in unsere Telegram-Gruppe. Da bekommst du dann auch noch Stimmen von der Community. Link in der Description. Trading durch AI-Technologie. Ja, das klingt jetzt erstmal abgespaced und auch wir sagen, boah, AI hier, AI dort und neue Welterfindung und wow. Aber das Projekt hat unserer Meinung nach wirklich Potenzial. Wenn du wissen willst, was WildPredict jetzt genau kann, dann klick dich mal hier rein. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin alles Gute. Ciao. Bis dahin. Untertitelung des ZDF, 2020